Hey Leute, erstmal noch meine Brotzeitsemmel aufessen. Heute der 8.8. Donnerstag. Zuallererst werde ich jetzt noch mal rauf gehen und noch mal das Holzbohrmittel verwenden und dann hoffe ich, dass es heute mit den Baggern losgeht. Schauen wir mal, ob er heute auftaucht. Wir sehen uns nachher. So Freunde, der Bagger kommt heute leider nicht mehr, dem hat es in den Schlauch verrissen. Naja, das kommt bei einer Hydraulik vor. Das kenne ich zur Genüge von den Aufliegern, wo ich immer reparieren muss. Naja, kann man nichts machen, aber es hat geheißen Samstag definitiv. Gut, sind ja bloß noch zwei Tage. Damit können wir ganz gut leben. Dann hat mich der Philipp benachrichtigt, dass es tatsächlich nicht hinaus das Wochenende. Kann ich auch damit leben. Auch kein Problem. Er wird auf alle Fälle noch kommen und dann werden wir den Rest fertig verputzen. Naja, so ist das Leben. Man kann nicht immer alles auf einmal haben. Ja, ich werde jetzt auf alle Fälle die nächste Fuhre Holzwurmtot da oben verspritzen und werde nachher noch im Internet noch mehr von dem Zeug bestellen. Hilft ja nichts. Es sind noch einige Balken, wo wir einsprühen müssen. Also das Eueck und der Querbalken ist nicht das einzige. Wir haben weiter hinten auch noch welche, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Wird aber auch noch gemacht, aber halt dann wahrscheinlich ohne Video. Ja, Gerüstbauer haben wir telefoniert, der uns hier dann komplett entlang das Gerüst stellen wird, hoffe ich zumindest. Ja, dass das Dach dann irgendwann einmal noch gemacht werden kann und so weiter und so fort. Also ich werde es auf alle Fälle da oben das Zeug noch resten, boop, geht schon wieder los. Das restliche Zeug verspritzen. Ja, und dann nehme ich einen Luftdrucknagler und mache die Wand weiter sauber. Ja, was soll ich auch sonst machen? Zum Polo Schrauben habe ich momentan keine Lust. Hilft ja nichts. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt erstmal einen Kaffee trinken. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, zumindest im Moment. Nachher mache ich dann noch weiter. Und wenn wir Glück haben, kommt heute noch der David. Und dann kann man vielleicht noch in den Genuss von den Holzbalken zusägen, von den ersten. Ja, und vielleicht stellen wir die auch noch. Ich weiß es nicht. Ihr werdet es jetzt auf alle Fälle, ja, nach dem nächsten Schnitt dann sehen, was abgeht, wie es weitergeht oder sonstiges. Jo, Balken runtergezogen. Sprich, das heißt, der David ist da und von dem lassen wir uns jetzt zeigen, wie das mit dieser Tauchsäge funktioniert. Keine Ahnung. So. Also, ich habe es alles ausgepackt und legge die Schiene drauf. Da ist der Gummirat mir jetzt nur überstehend, weil du nur einmal mit der geschnitten hast. Normalerweise gibt es nur Zwinge, die, wo du seitlich reinschiebst. Okay. Aber die sind etwas kurz. Ja, das denke ich mal bei den Balken. Nachdem die Säge aber bloß bis hier maximal auflegt, kannst du hier dran eine Zwinge einsetzen. Dass es hier nicht verrutscht. Was gegenüberliegend macht man dann auch eine hin. Du, Herr, willst du mal, dass wir nachher gerade sägen? Das habe ich im Augenmaß. Das hast du im Augenmaß? Glaubst du, früher haben die schon alles genau... Ja, natürlich, da haben sie einen Winkel gehabt. Ja, den Winkel hätte ich auch, wenn du ihn rumbringst. Ich hau dann um die Ohren. Weißt du, wie sieht man den Winkel hin und dann passt es. Ja, ich schaue bloß, ob er halbwegs gerade ist. Ja, der sieht halbwegs winkelig aus. Ja, das habe ich auch im Augenmaß. Das ist gut, dass das schon passt. Meinst du? Ja, dann glaube ich dir das ganz einfach und fertig. Ja. Du bist zum Schreiner, der Erbungswilligen. So, und dann legst du die Ankersebe hier auch. Die ist hier geführt. Aber du machst dir das hier Spiel. Ja. Dann kannst du das mit denen hier. Da ist ein Unterstebein. Dann machst du die leicht auf und dann kannst du die drehen. Und mit dem kannst du dein Spiel einstellen. Dass die nicht mehr so wackelt. Die wackelt immer noch. Ja, bin ich schon fertig, oder? Der sagt ja zu mir, ich soll einfach mal machen. Ja, das... Du bist ja kein Depp, ey. Ja, ich habe mir eh schon gedacht, für was die komischen Dinger da sind. Ja, das ist dafür, dass du einfach weniger Spiel hast. Kannst du einstellen. Wenn du sagst, du willst einfach grobe Schäden, wo es scheißegal ist. So, jetzt hast du hier ein schönes Spiel. Okay, hinten geht es zu stramm. Das merkt man schon auch beim Schieben. Normalerweise reizt, wenn die einmal eingestellt sind. Und dann ist das Paar schlägt hin. Und das sägt jetzt exakt hier an der Alu-Kante dann, oder? Nee, nicht an der Alu-Kante. Dafür ist der Gummi da. Das ist eigentlich ein Splitterschutz. Den sägen wir jetzt erst einmal mit durch. Jetzt machst du meine Schiene kaputt. Für den Mauler, sei froh, dass du gesund bist. So, mit dem kannst du eine Schnitttiefe einstellen. 70. Kommt man nie bei 70 Zentimeter genau durch. Wenn der Balken schon 120 hat. 75 ist jetzt das Maximum, was sie halt. Da kommst du aber auch nicht. Wir stoßen mit dem Motor an die Zwingen. Das heißt, wir müssen ein bisschen hoch. Gehen wir halt 120 hat den Balken, dann gehst du. Du, David, macht man das so, dass man in einen sauberen Karton rein sägt. Du, wir kannst ja nur auslernen. Dann stell ihn doch bitte auf die Seite. Besser. Du, Frosch, du. Heuleise. So, jetzt marschieren wir den sauberen Schnitt. Dann drehen wir mal hier die Cam. Naja, okay, Leute. Ungefähr so wie auf der Seite wird es wahrscheinlich auf der auch abgehen, oder, David? Und dann müssen wir noch einen zweiten Balken runterholen. Was? Wir brauchen zwei Balken, du Häsle. Warum ist die Seite wieder weg? Ich hab das gesagt, der reicht nicht. Du hast gesagt, der reicht. Ich hab da gesagt, wir brauchen zwei. Ja, auf alle Fälle sägen wir jetzt einmal die Balken zurecht. Dann dürfen die zwei mir noch helfen, die gleich einmal da oben hinzulegen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir haben eine andere Arbeit, gell? Naja. Ja, die zwei gehen nämlich noch hinaus zum Rasenmähen. Die wollen bloß Kart fahren. Also irgendwie hat er mal da gerade richtig Käse rausgemessen. Der Balken fürs eine zu lang, fürs andere zu kurz. Funktioniert nicht. Es kann natürlich auch sein, dass ich schon viel zu übermüdet war, wo ich da ausgemessen hatte. Was war das zweite Maßnahme, was du gemessen hast? 2, 33, 5. Mehr, mehr. Komm, lass den. Komplett hoch. Oh, ist ja auch so schnell. Ja. Also, dann kannst du ihn ja gleich schon mal raufbringen. Jetzt bin ich gespannt, ob er passt nachher. Und? Ja, das muss man gut reinklopfen. Ja, hier. Ja, hier. Das war schon das Spielzeug. Du hast nicht gesagt, was für ein Hammer. Ich denke allein mal nach. Ja, schnell mal mit Nägelchen gesichert, dass er nicht weg kann, der Balken. Wir wollen ja an David nicht vom Rasenmähen abhalten, zumindest nicht zu lange. Ich bin ja schon froh, wenn er mir schnell hilft, die Balken hier stellen, weil dann werden die ersten zwei Balken schon gestellt. Ja, und wie gesagt, da drüben machen wir auch noch einen Stützbalken rein. Das wird dann der Balken, was hier am Boden liegt. Entweder der dicke linke oder der rechte. Das sehen wir dann noch. So, Leute. Ganz im Mechaniker-Style werde ich jetzt da hinten ein paar Schrauben reinjucken. Ja, genau. Und unten natürlich auch noch eine. Naja, sehen tut man es nicht wirklich richtig gut, aber ihr wisst ja, es gibt kein Licht hier heroben. So, zwei Schrauben reichen für diesen Balken. Der ist fixiert fest und kann definitiv nicht mehr weg. Jetzt machen wir hier noch. Also, von dem hier oben, jetzt muss ich wieder schauen, wie das Licht fällt. Mei, mei, mei. Also, von dem Balken, äh, da runter, noch einen und dann ist es erst einmal gut für, 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 für heute. Und lieber Herr Radetzki, ähm, wenn das hier nicht morsch ist, na, dann weiß ich auch nicht. Also, wenn ich was sage, dann meine ich das auch so. Der Balken ist sowas von morsch. Ja. Ja. So, da liegt schon der nächste Balken. Dann bin ich ja gespannt, ob der passt, aber den zeige ich euch dann, ja, morgen dann, wenn es etwas heller ist, dann, wenn ich von der Arbeit heimkomme, äh, wie er oben drin sitzt. So, Leute, die ersten Balken stehen oben, sind fixiert, jeweils zwei, zwei Schrauben, drei Schrauben, da eine Balken, drei Schrauben, ja. Ja, das reicht, ähm, der nächste Balken drüben, das werde ich dann auch noch mit filmen, wenn wir den hinauf tun, senkrecht hinstellen und den Querbalken ja dann sowieso, das könnte mal richtig lustig werden. Ja, ich räume hier jetzt noch auf, äh, zum Wandabklopfen habe ich jetzt gar keine Lust mehr, mache ich morgen weiter. Ja, dass die Wand bis Samstag abgeklopft ist, dann haben wir nämlich den Dreck, die Drecksarbeit soweit erledigt, ja, dass am Samstag dann gebuddelt werden kann. Okay, wir sehen uns morgen wieder. Wieder kurz vor 8, passt, alles klar dann. Tschauikowski, bis morgen.